So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu MyTimeAtPortia. Ihr werdet es nicht glauben, das Spiel ist mir wieder abgestürzt, als ich in die Gruselhöhle mit Merlin gehen wollte. Deshalb werde ich bei der Verabredung diesmal mit Merlin, da ist sie doch schon, nicht in die Gruselhöhle gehen. So, komm. Ich würde sagen, wir reiten erst mal zum Wunschbaum. Da reden wir ein bisschen, plaudern. Das ist eine Verabredung der Zeit. Ich würde es lieber recherchieren. Okay, so, jetzt ein Kompliment machen. Ich habe den Eindruck, du bist ganz schön clever. Ich probiere es nochmal mit der Zeitung. Keine davon in Vega 5. Ja, das wird schon noch. So, auf den Schoße. Nein. So, dann gehen wir jetzt zum Feuerwerk. Feuerwerk hatte ja bisher immer noch geklappt. So, ja, Feuerwerk entzünden. Gelbes Feuerwerk und rotes. Okay, wir haben gelb und rot. Gelb. Rot. Rot. Gelb. Machen wir hier gelb und rot. Rot da, 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 da. Gelb. Gelb da. Machen wir hier noch eins. Hier gelb. So, und Feuerwerk entzünden. Yeah. So. So, wunderschön. Okay, das ist schon mal auf 30. So. Jetzt würde ich sagen... Wir gehen mal eine Runde schaukeln. Und dann vielleicht Abendessen. Oder wippen. Wippen kostet 3. Nein. Moment. Wieviel kostet schaukeln nochmal? Ach, schaukeln kostet auch 3. Na gut, komm. Dann schaukeln wir erstmal. A, D. A. Ups. Okay. Schade. Na gut. Komm. Schaffen wir mit unseren 3 Punkten... ...noch... ...zu essen. Mörlin? ...dart spielen. Äh... Händchen für Pfeiler. Darts spielen. Ziemlich gut. So. Hm, wie wär's damit? Ballons werfen. Ich habe gehört, du seist ein Ballons. Ähm, okay, wir probieren's mal. Ah. Komm, komm, komm. Mist. Mist, Mist, Mist. So. War das okay? Du bist ziemlich gut. So. Ähm, komm, noch mal Darts spielen. Das kann nicht. So, und damit ist unsere Verabredung zu Ende, oder? Okay, wir hätten noch einen, ein Pünktchen. Komm, dann... Da bin ich eigentlich scheiße. Ich kann's einfach nicht. Ich hab weiter Torte gedrückt. Und nichts gewonnen. Nein. Okay, das vergessen wir mal. gibst du auf. Okay. Okay. Das hat Spaß gemacht. Lass uns mal wieder zusammen abhängen. Okay. Das war also eine Studie für dich. So, wie sieht's jetzt aus? Ah. Bekomme ich jetzt die Kamera? Warten auf Merlins Antwort. Okay, dann kann ich ja mal zu meiner Werkstatt reiten und mal die anderen Aufgaben erledigen. Also, die Brücke müsste jetzt machbar sein, denn wir haben... äh... Pferdchen geht doch mal zur Seite. Aufsammeln. Stahlplatte. Pam. Einkassieren. Wenn ich jetzt noch so einen Webstuhl bauen möchte... Webstuhl, 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 Webstuhl... Textilmaschine, Bronzerohr... Ähm... Hm, 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 hm. Erstmal... abgeben. Wo gebe ich die Brücke ab? Da unten. Lalalala... So, bitte sehr. Let's see here. Du bist nicht zu schabber. Du bist in guter Form. Du bist in guter Form. Das wird gut sein. Ich werde es bald installiert werden. Danke. Okay. Kein Problem. Bitte, bitte, bitte. So, Beziehung verbessert. Warten auf Merlins Antwort. Dann baue ich jetzt in Ruhe den Webstuhl. Inventar. Ich glaube, einen Marmordealer hatte ich gesehen gehabt. Marmordealer und Bronzerohr. Marmordealer. Bronzerohr. Bitte, bitte, bitte. Jawohl. Nehmen. Pam. Und dann mache ich hier natürlich auch noch 10 Fäden. Fertigen, 10 Stück. Aufsammeln. Eins. Imventar, wie viele Fäden habe ich jetzt? Drei. Ähm, hm 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 hm. Lara. Modell Lara bauen. Flauschige Anhänger. Faden. Buntes Fell. Mh hm 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 hm. Komm. Ich baue noch so eine Textilmaschine. Nein. Abbruch. Zurückholen. Bestätigen. Ich habe das falsche ausgewählt. Einfache Textilmaschine. Bronzerrohr. Zwei Stück. So. Ein Bronzerrohr bitte. So. Bronzeplatte. Bronzeplatte. Noch eine Stahlplatte. Kann ich noch mal so einen Brückenauftrag annehmen? Jetzt. Vorzehrbrücke. Brückenturm, Stahlträger. Jawohl. Okay, sehr gut. Da, da, da. Kurz schauen. Muss ich hier einfach bei der Kamera? Warte auf Merlins Antwort. Ich schau einfach mal, ob Merlin für uns eine Antwort hat. Hi. Keine Ahnung. Blablabla. Blablabla. Kirsche sagt. Hm. Ich bräuchte dringend ein Bronzerrohr. Du verkaufst keine Bronzerrohr, oder? Nein. Ah, Mann, Mann, Mann. Oh, hier ist Lehrerin Lucy. Sie? Ähm. Mit wem könnte ich noch reden? Bäume füllen. Mai ist unterwegs. Gucken wir einfach mal zum Mai. Okay. So. So. Ja. Ich wollte dir sagen, deine Kamera werden wir bald bekommen. Gut. Bäume füllen. Mhm. 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 Ta-da-da! Hier gibt es noch Holz. Ab nach Hause. Ich hoffe einfach, das Rohr ist jetzt fertig. Die Zeit drängt. Jawohl! Textilmaschine. Fertigen. Erstmal Benzin rein. Faden. Zehn Stück. Wir brauchen zwölfmal den Faden. Das kann erstmal wieder hoch. Gestärktes Glas brauche ich jetzt auch nicht dringend. Einfach mal alles einsortieren. Jawohl! Okay, wir haben verdammt viele Steine mit. Alles einsortieren. Jawohl! Ähm... Wo war... Nein... Wo kann ich Lara bauen? Brunnen, Baukran, Brückenturm. Gestärktes Glas. Ach, da brauchte ich die Erdungsflächen. Okay. Da, da, da. Okay. Lara Modellchen. Lederhorn. Arbeitstisch 2. Da. Bronzerrohr. Blaues Leder. Okay. Da fehlt ja noch so einiges. Eisenpfanne. Wobei sieht jetzt nicht so absolut krank aus. Blaues Leder. Hm. Besitze ich 8 Stück. Kann ich das eventuell... Blaues Leder. Qualitäts Leder. Qualitäts Leder. Hm. Hm, 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 hm. Ja. 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 Härtungsflächen. Gestärktes Glas. Glas. Komm, wenn ich jetzt nochmal schnell die Brücke mache. Ähm. Bam, bam, bam. Wassermotor. Alles Schleifer. Brückenturm. Glas. Was? Erhärteter Lehm. 8. 7. Ich brauche noch einmal Lehm. Fertigen. Und 2. Ach, nein. Schon wieder umblättern, blättern, blättern, blättern. Brückenturm. Bauen. Stahlplatten waren gefragt. Korrekt. Stahlplatte. Stahlplatte. 10 Stück. Korbodenstahl. Na prächtig. Korbodenstahl. 4 Stück. Eisenerz. Eisenerz. Eisenerz haben wir nicht mehr. Na klasse. Gut. Äh. Uhrzeit. Ich beende hier mal die Folge. Tschüss, ciao, bye, bye, bis zum nächsten Mal.